Herzlich willkommen zurück zu den drei Fragezeichen hier bei den Retro-Helden. Und wir sind zurück im Forschungsinstitut und alle haben irgendwie hier gute Laune. Da wollen wir doch direkt mal weiterspielen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in der letzten Folge hier den Laptop nutzen sollten. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Was ist das denn da? Ach, der Stuhlbein. Ah, okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir den Laptop. Volltreffer. Spanien in der Neuen Welt. Hier steht unter einer Abbildung unseres Hutes Kapitänshut der spanischen Schatzflotte. Vize-Königreich Peru, 1560. Bitte lies weiter, mein Junge. Was steht in deinem Computer über die Schatzflotte? Moment. Hm. Ja. Aha. Hier ist sogar eine Abbildung der Goldtublone. Hier steht, dass es sich um Inka-Gold handelt, das bereits in Peru und Panama eingeschmolzen und zu Dublonen verarbeitet wurde. Bitte gleich speichern für mein Referat. Die spanische Schatzflotte transportierte große Mengen Gold, das von den Inkas im damaligen Vize-Königreich erbeutet wurde und mit Goldgaleonen nach Panama... Goldgaleonen. Panama. Von der Westküste der Pazifikküste Panamas wurde es über den Landweg zur karibischen Küste gebracht und dort für den Seeweg nach Spanien verladen. Die Hinweise verdichten sich. Es scheint zwischen unserem hiesigen Rätsel und Panama eine Verbindung zu existieren. Außerordentliche Leistung, meine Herren. Wir sollten uns die Rolle des Francisco Herrero noch einmal genauer anschauen. Wir haben noch etwas gefunden. Ein weiteres Teil der Familienchronik. Just, willst du fortfahren? Ja, gerne. Danke, Kollege. Oh, jetzt bin ich wieder dran. Was mich wirklich wundere ist, also die Personen hier sind eigentlich schon recht gut animiert. Also, ja, animiert, aber Textur ist in Ordnung, die Polygonzahl ist in Ordnung, aber die bewegen sich wirklich, ich habe es schon mal erwähnt, wie so kleine Äffchen. Und die strecken immer die Arme so nach vorne, wenn die sprechen. Ja, ach ja, naja. Gut, ja, Justus, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was du hast hier, das Teil, dazu. Nein, nein. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Oh, nein. Oh, nicht schon wieder. Ich kann nicht mehr. Oh, je. Gut. Dann. Ich habe es einmal hingekriegt. Das heißt nicht, dass ich es zweimal hinkriege. Oh, Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So. Mal schauen, was ist denn auf der Seite. küste da ich glaube das müsste das sein das war einmal zu viel genau küste das war nämlich das das passt auch zusammen das hier auch ich glaube das muss hier nach oben dann muss das hier achso das geht ja gar nicht wir können mal wieder ein bisschen vorspulen wenn ihr wollt das kann sich jetzt hier nur noch um Stunden dauern ich versuche mal auch nicht richtig mühe zu geben sondern ich versuche das hier durch zu klicken aber müssen das erst mal hier nach unten kriegen so ähm 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 ich bin irgendwie zu alt dafür geworden ähm vor allen Dingen warum ist das wieder durchmischt ne ich meine bitte wir haben das schon gelöst das rätsel und ich habe damit eigentlich abgeschlossen ich muss das hier ne wo war das wo kommt das denn eigentlich hin ach das kommt ja nach oben stimmt ich vergaß aber wie kommen wir jetzt nach oben äh achso oh verdammt so so dann wissen wir jetzt von Herero persönlich dass das Gold irgendwo in Kalifornien sein muss dass er sich hier für irgendjemanden versteckte und gegen Ungläubige vermutlich Indianer kämpfte sehr gut kombiniert nun das scheint mir der richtige Moment für meine Enthüllung zu sein oh Gott was kommt jetzt meine jungen Freunde ich habe eine Überraschung für euch mein lieber Kollege Dr. Simon Foster forscht derzeit an der Küste nahe Panama nach einem versunkenen Schiff doch wohl nicht nach einem das der spanischen Krone als Goldgaleone gedient hat Sir doch ganz genau warum ich habe ein kleines Forschungsbudget bewilligt bekommen und darf dort hinfliegen äh großartig Sir ach ich vergaß ich wollte euch fragen ob ihr Lust hättet mitzufliegen ich würde euch gern mitnehmen natürlich auf meine Kosten Jungs wie ihr könnten bei dem Unternehmen gute Verwendung finden habt ihr Interesse? ja natürlich auf die Jungs aus Rocky Beach wartet ein altes Wrack in 300 Meter Tiefe und damit ein unerwartet exotisches Abenteuer Willkommen an Bord der Explorer 5 Amy hat mir schon alles über euch drei berichtet ihr müsst Justus sein korrekt Sir vielen Dank dass wir dabei sein dürfen klar ist mir eine Freude sonst arbeite ich meist nur mit alten Mumien die oh Amy schau nicht so betrüft ich meine ich dann nicht hm äh so gut Fossi nun und das sind Peter Shaw und Bob Andrews sehr erfreut zusammen also die drei Detektive aus Rocky Beach ja Sir und wir sind sehr gespannt was uns hier erwartet denn unser aktueller Fall in Rocky Beach gibt einige Hinweise auf eine Verbindung nach Panama und zu spanischen Schiffen aus dem 16. Jahrhundert ich weiß Amy äh Professor Hamesworth hat mir alles berichtet nun vielleicht kann ich euch zu weiteren Hintergründen dieser spannenden Epoche verhelfen das hoffen wir Sir aber auch ohne diesen Fall ist das schon ein aufregendes Feld welches in jeder Hinsicht Interesse verdient ja vor allem wenn man ein Referat über Schatzschiffe halten muss die Amazonia del Oro das Schiff das wir hier entdeckt haben stammt zufällig genau aus dieser Zeit sie ist 1561 gesunken und gilt als ganz besonders mysteriös dieser Fall unter uns Archäologen und Historikern eine Legende was ist an diesem Schiff denn so besonders? ist ist es vielleicht ein ein Geisterschiff? was? nein aber es ist eine Legende es soll der Sage nach ein ganz persönlicher Goldtransport für die Privatschatulle des spanischen Königs gewesen sein über wie viel Gold sprechen wir hier? wenn ich fragen darf einige Quellen sagen der ganze Laderaum wäre voll mit Gold gewesen so ca. 25.000 Gold Dublonen werden vermutet und ist da was dran? nun ja wiederum andere Quellen sprechen von einem fast unbedeutenden Transport und einer lächerlichen Menge Fossi Fossi du hattest doch die Kopie des Briefes des Vizekönigs von Peru an den spanischen Herrscher in Madrid erwähnt angeblich sollen in ihm ja die Daten des Goldtransportes verschlüsselt worden sein natürlich aber leider bin ich noch nicht auf die Lösung gekommen du weißt ja dass sich die Historiker mit diesem Brief sehr schwer tun ich glaube allerdings dass diese Entschlüsselung nicht so schwer ist Bob vielleicht solltest du das übernehmen ich denke hier sollte man wieder einmal das Internet zur Rate ziehen und nach spanischen Verschlüsselungsverfahren des 16. Jahrhundert suchen ich suche schon mal die Briefkopie heraus klar Just ich übernehme das ist klar gediegene Historiker, Archäologen, Wissenschaftler tun sich sehr schwer mit dem Rätsel und Bob nimmt einfach seinen Computer und löst das Rätsel also das ist ja wohl etwas an den Haaren herbeigezogen aber wir sind bei den drei Fragezeichen wir sind hier im Sommerspezial wir wollen Spaß haben und nicht immer nur motzen, 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 motzen macht schlechte Laune und ich habe gute Laune und wir werden jetzt hier etwas uns auf dem Schiff umsehen bevor wir den Computer hier zur Rate ziehen auch von Bord, schade so, wir haben ein neues Sound Sample die Möwe im Hintergrund sehr schön nur ich sehe keine einzige Möwe hier das finde ich sehr schade überhaupt so ein bisschen es ist insgesamt sehr leblos muss ich sagen das finde ich sehr schade aber das habe ich schon in anderen Adventures gesagt dass sowas für mich ich weiß nicht es muss einfach irgendetwas sich bewegen sei es eine Fahne ein Springbrunnen ein paar Blätter also also ich rede jetzt von Bewegung nicht hier von diesen Po-Wackelein von Justus sondern tatsächlich echt ein paar schöne Animationen so den Hintergrund so leicht aufpeppen so aber hier kann ja laufen ich vergesse das jedes Mal diese Herungenschaft Adventure Geschichte ne ich komme hier nicht weiter dann drue ich einfach mal am Computer ich glaube ich hab da was die Suche nach spanische Briefe und Verschlüsselung scheint vielversprechend Just da schau her hier ist ein Wappen des Vizekönigs abgebildet und hier steht dass früher Codes oft durch kleine grafische Veränderungen der Wappen verschlüsselt wurden schau es dir an Justus oh nein hier ist der Brief seht ihr hier sind drei verschlüsselte Stellen die ersten beiden sind das Abfahrts- und das Ankunftsdatum der Amazoner die dritte müsste den Wert der Ladung beziffern hier finden sich tatsächlich drei markante Unterschiede zwischen dem Briefwappen und dem Internetwappen und welche? sag schon Just zeig sie uns auf dem Brief äh muss ich jetzt hier so diese Vergleichsbildchen machen oder was? also hier ist auf jeden Fall eine 3 hier das ist definitiv nicht auf dem Wappen im Internet hier diese Stelle stimmt auch nicht überein und hier und das sieht mir auch anders aus im linken Drittel des Schildes sind auf dem Briefwappen drei Markierungen zu sehen in der Mitte zwei und rechts eine weitere was das wohl soll? das muss der Code sein aber was fangen wir damit nun an? ich hab da eine Idee Kollegen ich denke wir müssen die Buchstaben im Alphabet verschieben um des Rätsels los zu finden ah dann können wir mal das neue Detektivprogramm Code-Wortknacker Version 1.0 testen das mir Jelena geschickt hat warte Justus ich starte es schnell Jelena? ach so die wieder die Daten der Abfahrt und Ankunft sind unwichtig wir suchen nur nach der Menge Gold Dublon was muss man nun tun da? tja du sagst es ja dass man die Buchstaben um die Anzahl der Stellen verschieben muss die uns die Markierung verrät wir haben drei Markierungen verstehe alle Markierungen weisen auf eine andere Anzahl an Stellen wir brauchen also die richtige Markierung genau dann wählen wir für jeden Buchstaben einen Austauschbuchstaben der um die richtige Anzahl an Stellen verschoben ist korrekt Chef das Programm überschreibt den jeweiligen Buchstaben dann und wenn das Wort vollständig ist prüft das Programm automatisch ob das neue Wort einen Sinn ergibt ok ich probiere einfach mal einen Code aus ok also in der Regel ist es ja so dieses wie heißt das es gibt ja auch dieses CESA Schlüsselungsverfahren also A dann F ist oder sonst irgendwas das kann man halt mit so einer Schiebetabelle rumschieben ich denke mal sowas diese Art ist das und der häufigste Buchstaben ist nun mal halt ein E und ich empfunde mal dass das R ein E ist aber ich kann da jetzt nicht hinklicken mein Gott Leute weiß ich doch nicht was suchen wir hier eigentlich die Anzahl der Goldtablonen oder hast du wohl etwas falsch gemacht Kollege entweder hast du dich verschrieben oder du hast die falsche Anzahl an Stellen genommen also die falsche Markierung gewählt ja das werde ich wohl getan haben oder hm 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 ja A B C gut wir haben eine Viertelstunde rum wir sind auf dem Schiff angekommen ich werde offline ein bisschen rumrätseln damit das vielleicht ein bisschen schneller geht in der nächsten Folge und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier im Sommer Spezial 3 Fragezeichen danke fürs zu gucken bis dann tschüss wobei das mache ich mal wie Günter Jauch ich glaube er war das der immer kurz vor einer Werbepause sagt oder die Frage stellt ans Publikum ans Zuschauer das mache ich jetzt auch ihr habt jetzt die Möglichkeit unter dieses Video die richtige Antwort zu schreiben und ja der es geschafft hat kriegt von mir halt einen feuchten Händedruck ne keine Ahnung ja ihr könnt mitte rätseln wenn ihr wollt dann sage ich tschüss bis zur nächsten Folge haltet die Ohren senkrecht